Musik Wir seien ja gewiss keine Künstler nicht, aber endlich, das ist ja auch nicht der Fritz. Wir trauen uns zu sagen, was wir uns denken und möchten uns auch eine nette Stunde jetzt schenken. Musik wird so ein paar Spielepolosen, es braucht es jetzt eigentlich bei Zuschlosen. Lustig wird es sein, aber auch visiblich, ein Christipo wird sehr, der ist doch der Stutt, fast himmlisch. Natürlich sind auch die Vögelbäuer Musikanten da, die spielen für Englisch ja das Ganze, ja. Es kommen auch noch andere her, die dann singen, musizieren und noch mehr. Ja, überhaupt, ja, ja überhaupt, im Highway Star gibt's Talente. Bis jetzt ja an mir, die Binko-Lahme-Ente. Blut die Hürden seinen anderen zahlen erst vier, wird den Stahl glatt es mir. Aber andere Königs seien heute auf dem Weg, die seien auch manchmal ein bisschen schräg. Ich hab heute die schönste Rolle, bin ein Engel und ein ganz Wörter voll. Das war von mir jetzt eine Cousine, mit ziemlich einer flotte Bindung. Wir haben jetzt auf dem Heim den Raumstrieb frei, weil wir euch lachen, bin ein Gosse frei. Zähne sind alle, aber das macht nichts. Wir sind ja verlauter, da merkt es nichts. Wir alle haben fleißig geprobt, dabei haben sich gar nicht gelobt. Ich bin die Maria, fast hat die einen Stress. Was ihr sagen und wer, wie schlappt's mir das. Doch es gibt nichts Schirrers, als zu spielen versolten mit dem Leiden. Auf Rädern, die die Welt bedeuten. Der lange Reh der Kurta sind, wer hat jetzt einmal die Stauern hin. Dann hat das Leben am großen Welt. Das wünschen wir eins, wir von Vögelstauern. Ein heller Stern hat in der Nacht die Botschaft in die Welt gebracht. Ein heller Stern hat in der Nacht die Botschaft in die Welt gebracht. Gloria, 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 Halleluja. Gloria, Gloria, Halleluja. Gloria, Gloria, Halleluja. Gloria, Gloria, Halleluja. Alle Wissen laufen und bleib nicht stehen. Der Weg ist nicht mehr ein Nachtweg, der Windmauer isen, reitet durch die Nacht, am Himmel sind die Sterne längst erwacht. Der Zeit fällt sich schrubbig aus und er seht sich nach zu Haus, der blaue Esel in der Nacht. Gabriel kommt zu Maria. In der Stadt Nazareth lebte ein junges Mädchen. Es hieß Maria und stand kurz vor der Hochzeit mit einem Zimmermann namens Josef. Eines Tages geschah etwas Unglaubliches. Maria war in ihrem Haus. Da hörte sie plötzlich eine Stimme. Ersprochen fuhr Maria hoch. Da sah sie, ein Engel stand vor ihr und sprach. Sei gegrüßt Maria, du Gesegnete. Der Herr ist mit dir. Du wirst einen Sohn bekommen. Den sollst du Jesus nennen. Der wird ein König wie David sein. Doch sein Königreich wird ewig bestehen. Maria war sprachlos. Sie sollte ein Kind bekommen. Ein Kind, das einmal König werden würde. Der Rette, auf den alle warteten. Und sie war ja noch nicht einmal verheiratet. Wie soll das zugehen? Der Engel gab mir sagte, Gottes Geist wird auf dich kommen. Darum wird dein Sohn auch Gottes Sohn heißen. Da verneigte sich Maria und sprach. Ich bin bereit. Wie du gesagt hast, soll es geschehen. Statt seiner Vorfahren, aus der einst König David kam. Maria, seine Verlobte, begleitete ihn. Sie war schwanger und erwartete das Kind. Wie Girde, der Engel verheißen hatte. Als die beiden nach Bethlehem kamen, war die Stadt überfüllt. Wo sollten sie unterkommen? Maria spürte, bald würde ihr Kind zur Welt kommen. Vielleicht schon in dieser Nacht gab es denn für dieses Kind keinen Raum in dieser Stadt. Aber am Ende fandet sie einen Stall. Und da geschah es. Mitte in der Nacht wurde das Kind geboren. Fürstet euch nicht! Wir haben euch eine große Freude zu verküppen. Heute ist der Heiler geboren, auf den ihr schon lange gewartet habt. Es ist Christus, der Herr, im Fehlgeheb während ihres Kindes im Wintergewicht befinden und in einer Krippe liegen. Und dann kamen noch mehr Engel. Die sangen zusammen ein Lied. So schön, wie es die Hirte noch nie gehört hat, hat dann Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erlen fliedende Menschen. Dann wurde er sich dann ganz still auf den Fälle und die Hirten sagten, Kommt schnell, wir wollen nach Bethlehem gehen. Und wo sehen, wo der Engel erzählt hat. So liefen sie schnell nach Bethlehem und fanden den Stall. Sie gingen leise hinein. Da sahen sie Maria und Josef, so armen Menschen wie sie selber, und sie sahen ein Kind, wie sie es schon öfter gesehen hatten. Doch sie wussten, dass es kein gewöhnliches Kind war, denn es lag in der Krippe und war ein Krippe und bin in Gewichtel, gerade so, wie es der Engel gesagt hatte. Die Hirten knieten wieder und beteten das Kind an. Liebe Heiler, wir können dir nichts geben, aber wir wollen immer an dich denken. Und als sie wieder zurück zu ihren Schafen gingen, sangen sie ein Lied, denn sie waren so froh, das Kind in der Krippe hatte sie so glücklich gemacht. und sie waren so froh, das Kind in der Krippe hatte sie so glücklich gemacht. Du, bleib einfach einmal stehen. Nimm dir jeden Tag fünf Minuten Zeit und denk über dich und dein Leben noch. Jeden Tag nur fünf Minuten, wenn du täglich schaffst, nur eine Zeit lang, dann wird irgendetwas in dir warten. Es ist deine Chance und nimm dir jeden Tag nur fünf Minuten Zeit für dich und denk doch an, wo du übers Leben noch machst. Über die Hektin, da ist durch die Teilung übers Geld und alle Dichtigkeit, sei endlich still und setz dich nieder und dann lang. Wer klopft verdammt? Was wollt ihr denn? O Gott, wir gehen uns doch eure Güte O nein, O nein, O nein, Schöne du uns doch ein, das kann nicht sein, wir wollen einfach sein, nein, es kann einmal nicht sein, da gibt's doch Gott, ihr kommt nicht rein. Frau Dürr, ein Weg mit seinem Mann, sollten wir für unsere Bitte an, lasst uns bei euch doch oft wohnen, Gott wird euch schon alles drohnen. Das zahlt ihr mir, kein Geld besitzen wir, kommt von hier, oben hätt uns die Tür, ein macht mir kein Ungestüt, da packt das nicht woanders hin. Wer draus noch heut, wo lieber kommt heraus, sind's Wendeleid, wo öffnet uns das Hand. Schöne du uns doch ein, da ist nichts leer, so machen wir heute, ich kann nicht mehr, o lieber Gott und Herr. Ein Wetter sprach für ihr, ich kenn sie schon, geht nur von hier. Da geht nur, geht, o Freund, o Himmel, o Angst, zum Friedstall dort, geh uns denn nur wie hinaus. Seien es wir, wollen wir die Armut fühlen, jetzt packt euch fort, o aus dem Haute-Bord, zum Friedstall dort, oben hätt ein harter Ort. Ein Ort ist gut für euch, es braucht nicht viel, da geht nur gleich. Trostet euch nicht, ich erscheine heut, und verkünde eine große Freude. Das Heiland wird uns heut geboren, von Gott selber auserkoren. Ein Stern soll das Zeichen sein, er leuchtet weit in hellem Schein. Er führt euch zu, der kriegt bei ihnen den Kollegen. So geht und folgt dem hellen Licht und holt dich diesen kleinen Weg. Ehre sei Gott in der Höhe, zum Frieden den Menschen anzureißen. Endlich wird es Wirklichkeit, woran wir warten, lange Zeit. Kepp, lasst uns kurz Zeit verlieren, und diese kriegst du aus dem Gehirn. Kaspar hoch, denn dies ist wichtig. Ich glaub, wir seien da nicht ganz richtig, viel zweit wir uns von der Stadt entfernen. Man sieht ja kaum noch die Ladernen. Wenn ich auch bis ganz nach hinten, kein Haus, wo wäre ein Land zu finden. Wenn halt zweit, kommt Gottes Sohn, dann als König auf dem Thron. Melchior, Balthasar, holt's mir zu. Der Engel hat's gesagt, der Knollentur, nicht die Knollentur, nicht die Knollentur in den Krippet rein. Es kann nicht in der Stadt tut sein. Er hat an's sagt, jetzt denkt's mal, Brun, ein Stern wird leistet wie die Sonne, um uns den Weg zum Knollenturgen. Seht's nun, habt ihr bis jetzt ne Korn. Vielleicht hat die Beweilung ein anderes Mal euch geschickt. Und auch wenn der Stern erscheinen tut, sieht man es in der Stadt auch kurz. Ein Engel wird ihn, meine Herren, aber lasst uns in die Stadt zukehren. Studier aber noch mal unsere Knollenturgen, wir können eh nicht, wer es macht. Heu, was kann ein Dess, wir treten, gehen einfach bei uns vorbei. Dann auch kein Sternsvot und schwuppt die Wupps sind auch schon fort. Mal die Mäntel, die Wäldchen und Zucki, die Zappieren. So, Freunde, wir haben auf unsere Weide, die müssen sie voll offen machen. Ganz wohl ist ihr denn auch nicht wissen, wie sie in Süden haben, das sehen. Haben wir geboten, weißen Schreiber, wir seien gar wilde Reiber. So, wenn du's denn feier machen hast, gut war, wenn du's gleich da macht, denn heut wird der Kreuz machen. Schaut wie mit links, das war ja glatt. Karra, schon hab ich Feuer gemacht. Bravo, Manuel, das ist schon zwei, das Feuer her. Schaut um, da kommen wieder zwei, aber man muss hinten nach sein sporen. Da auch so viele Regen schwingt, wir tun alle Leute hier zu singen. Grüß Gott, liebe Schlaferleut, ein kaltes Nachtschutz ist er halt. Und ganz was her ist, dann wir zu kommen, um an der Zehlung teilzulernen. Nach Bethlehem müssen wir zog gehen, um uns dort zu registrieren. Ist es noch weiter in die Stadt, oder wird es am Ende da drüben kommen? Meine Frau, der ist ein Kindermaus, und jedes wird der Fall gehauen. Wer weiß, ist eure Antwort wichtig, ist immer weit und seid richtig. Da müssen wir euch enttäuschen, liebe Leute, bis Bethlehem ist echt noch weit. Es muss doch ein Stück halt zurück, und dann links, gerade vor der Brücke. Ruck, ruck dir das Herz, ruck dir das Herz mit deinen Schraub, und werden es euch bei dieser Feuer auch. Bei Josef los ist es weiterzulernen, ich will das Kind wieder auf den Wiesen grillen. Ich spiele ihn, wenn ich schon da renne, dort können wir dann das Zimmer nennen. Ich hab's jetzt gehört, bei Frau hat gesprochen, wir werden es auf den Weg jetzt machen. Ich bin Maria, wach wir uns an, und dann bewegt, bevor wir uns an. Dann soll es sehen, wie das Eier war, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Das ist ja voll im Endeffekt. Ja, das hab ich auch schon gehört, der Milchwurzschau ist nix mehr wein. Schaut's, der Kind schon wieder wund, aber heut ist echt ein Haufen los. Fürchten euch nicht, ich erscheine heut und verkünde eine große Freude. Der Heiler wird uns selber auserkoren. Ein Stern soll das Zeichen sein, er leuchtet weit in hellem Schein. Er führt dazu der Krippe hin, wo liegt ein Kind im Winter drin. So geht und folgt dem hellen Licht und huldigt diesen kleinen Licht. Eure sei Gott in der Höhe. So geht und folgt dem hellen Licht und huldigt diesen kleinen Licht und huldigt diesen kleinen Licht. So geht und folgt dem hellen Licht und huldig. So geht und folgt dem hellen Licht und huldig. So geht und folgt dem hellen Licht und huldig. Das Weihnachtenkind ist alle doch frei. A kantiger Kopf ist ja gar nix allein. Jetzt klauen wir doch unsere Guckengleitung und wirken uns alle im Heiligen Gottes Namen. Jetzt war's Verkleidung, ins nächste wird's Haus. Und rufen voll Freien die Klöpfel noch aus. Und rufen voll Freien die Klöpfel noch aus. Jetzt klingt die heilige Weihnachtszeit, jetzt seid's nur alle still. Der Himmelgott verschlossen wohl schon viel, viel tausend Jahre. Und rufen voll Freien die Klöpfel noch aus. Wieder leuchtet uns dein Schimmer. Und hier, das war etwas schwach. Gott ist so und so wie ihr seid. Und wir sitzen in einem Viechstall dran. Josef, verlier nicht lein Mut. Gott will schon wissen, was er tut. Und außerdem weiß ich's wollen, weil alle Zimmer ratzen voll. Ja, ich weiß. Du hast ja recht. Es ist ja recht. Ich hab grad Stimmen gehört. Es ist wie wenn ich da draußen stehe. Weder mal so was tun. Es wird auch nicht. Schauxersstern jetzt brems der Heer. Wirk ober ein Viechstall hin und her. Das Hof da isch der Heiner getreint. Kenst dir mal hin und schlappt's an. Nein kennst du? Du bist kaputt, du krassest auch in einer durch. Anna, du hast gelohnt, du hast gelohnt, du schaust mir los. Jetzt gibt's ja Wurschen schwer, ich sauer. Seid vor, um unser Frauenbauer. Seid's aber still und schaust ja bald genau. Das ist jetzt ein Wald mit seiner Frau. Die uns am Feld begegnet sein, stimmt, es sei jetzt vor, um ein. Da sollen wir nicht gleich um mit ihren und ihnen zum Heiland gratulieren. Hallo, wenn du siehst, ich spreche jetzt einfach vor die Füße. Hallo Leute, schritt, schnack, schnuck, schnuck, jetzt geht's mal, mein Bett hat's trug. Ja, genau, das haben wir, denn wir waren nämlich vor ein Jahr. Es wird uns, es soll uns fast nichts vordrängen werden, schon gar nicht vor ein Jahr. Wir hoffen, dass wir richtig sein, das wird wohl der Messias sein. Ja, das ist doch unser Sohn, von Gott selber ausgekommen. Wir haben mit ganz schönen Tag, Mürre für euch und die Knaufe. Mit meinem Gold und Albus Kaffee und mir ist wie mit dem Hungerraffen. bester Weihrauch, mild und rein, soll das Zeichen für den Heiland sein. Und mir, mir steht da, wie die Ofen steckt. Wie kommt er uns allein weg? Wir haben leider nichts zu tun. Doch Aljadl kann man singen. Wenn man rotz ist, muss ich gut. Wie, 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 wie? Alles klar, da fangen wir gut. Heil, 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 Heil. Vielen Dank.